Ich bin der Ederhans, Hauslbauer, Bergheim, arbeite bei dem Bauhof Gemeinde, bin Landwirt, bin seit März Bauernbund Obma und für die Flachgauer Brandnothilfe Obma in Bergheim. Bei mir ist eigentlich die Degsau unten, wo es retourniert worden ist, fällt mir das irrsinnig gut, wie das jetzt schön zusammenwächst und es ist einfach richtig ein klasse Platz geworden. Eigentlich die Degsau ist für mich, durch das, dass jetzt mein Lieblingsplatz geworden ist, ist eigentlich mein schönes Projekt, was mir in Bergheim ein bisschen gefällt. Dass die Bauern gut geht und die Landwirtschaft gut geht und dass die Landwirtschaft mit Gemeindebürgern, dass wir alle miteinander zusammenhalten.